Das ist jetzt natürlich richtig suboptimal. Ihr seht mit wie viel Speed die da rauskommen. Ja, keine Chance. Ja, Alter, der... Ja, okay. Ihr seht es. Alles, was ich rausgefahren hab, verliere ich auf dieser scheiß Geraden wieder. Ich glaube, da muss wirklich eine neue Karriere her. Ja. Das bringt nichts. Ich glaube, da muss wirklich eine neue Karriere her.